Guten Abend, guten Morgen und gute Nacht, je nachdem wann bei euch die Zeit erwacht. Heute ein Punkt, worüber ich mit euch sprechen möchte, ist Abonnenten. Und zwar hat uns letztens einer angeschrieben in den Comments, in den Kommentaren da unten, wieso wir so wenig Abonnenten hätten. Wir wären doch sehr lustig und er das nicht verstehe, wieso wir so wenig Abonnenten haben. Ich persönlich verstehe es auch nicht, wieso wir so wenig Abonnenten haben. Vielleicht liegt es an mir, ich weiß es nicht. Der Punkt ist, ich bin persönlich noch relativ neu in Videos machen, was Videos machen angeht. Und ich weiß nicht, wie ich hier Videos verbreiten soll oder vermarkten soll. Ich persönlich weiß es nicht. Ich habe auch persönlich keine Lust, unter irgendwelche fremden Videos andauernd Links von mir zu spammen. Das ist nicht meine Masche. Ich finde persönlich, die Leute sollten selbst auf mich irgendwie aufmerksam werden. Oder ich weiß es nicht. Falls ihr irgendwie mehr Erfahrung damit habt, wie ich Videos verbreiten kann und wie ich Leute bewegen kann, meine Videos zu schauen und mich zu abonnieren. Je nachdem, wenn das Video Ihnen gefällt, abonniert er mich ja von selbst. Das ist ja logisch. Aber ich weiß ja nicht, wie ich meine Videos an die Leute bringen soll. Ich kann sie zwar hochladen, die Tags unten anbinden, aber sonst weiß ich nicht mehr, wie ich was machen soll. Jedenfalls, keine Ahnung. Ich habe auch drei Freunde jedenfalls gefragt, ob sie mir dabei helfen könnten, mich halt quasi aufmerksam zu machen oder mich unterstützen quasi. Und ich habe denen gesagt, die sollen mir hier eine Videobotschaft machen für mich und ich würde es dann hinten auch an das Video dranhängen. Und jedenfalls haben die mir das Video gemacht, also quasi drei Freunde haben mir, insgesamt habe ich drei Videos jetzt von denen bekommen und ich werde sie jetzt hinten dranhängen. Jedenfalls noch an euch, bevor ihr die Videos seht von den anderen. Was ich sagen wollte, schreibt es mir doch bitte mal unten in die Kommentare, woran es liegen könnte. Mache ich irgendwas verkehrt? Sind die Videos nicht lustig oder sonst was? Wie verbreite ich meine Videos oder wie komme ich an mehr Leute, an mehr Klicks quasi, damit ich mehr hier Aufmerksamkeit kriege? Denn ich stecke ja viel Zeit da rein und sonst was und ja, vielleicht kommt das ja mit der Zeit, ich weiß es nicht. Falls ihr da mehr Erfahrung bei habt und mir dabei helfen könntet, würde mich das sehr interessieren, schreibt es mir unten bitte rein. Ich würde mich jedenfalls freuen. Ich danke für das Öhrchen, fürs Zuhören und wir sehen uns in den nächsten Videos. Jetzt kommen noch die Clips von den Freunden, jedenfalls und ich wünsche euch viel Spaß damit. Also danke fürs Zusehen und ich melde mich schon mal ab. Bis. Alle Freunde, hier ist Batman, 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 ja Batman. Und zwar, habe ich gehört, dass ihr noch EarsTV nicht abonniert habt. Also das macht mich total böse, ne? Also, abonniert EarsTV. Ansonsten, komme ich vorbei, ey. Soll das? Kommt mal klar. Was geht denn ab? Was geht denn ab hier? Ich kann mir das nicht, äh, ich kann das nicht aussprechen. Soll ich... Also, abonniert EarsTV. Ansonsten, habe ich vorbei, ey. Und dann, gehst Buck 50 vor die Fresse. Also, damit das gleich ist. Abonnieren, abonnieren, abonnieren. EarsTV. Ich mach keine Witze. EarsTV Spitze. So, ich muss weg. Tschüss. EarsTV oder Hulk macht euch zu. Kleinen Hackfleischbällchen. Haben wir es verstanden? Kleine Hackfleischbällchen. Halt, Halt, Haltfleischbällchen, die ich möge. Also, abonniert los EarsTV oder Hulk. Hört ihn richtig böse. So richtig böse wird Hulk. Haben wir es verstanden? Macht mich nicht böse. Also, klickt auf den roten Button und abonniert los EarsTV. So, ansonsten, ihr möchtet euch das gar nicht vorstellen, Freunde. So, ich muss nun weg. Tschüss. Ja, hallo. Ich bin Arnie. Und ich wollte euch sagen, dass ihr, wenn ihr Terminator, Terminator 1 und 2 mochtet und Conan eine Barbar, ja, dann solltet ihr auf jeden Fall los EarsTV abonnieren, dann kriegt ihr so richtig fette, fette, fette Muskeln wie ich, und dann jedenfalls, ja, wer soll ich sagen, trainieren, 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 dann werdet ihr auch genauso gut wie los EarsTV. Jedenfalls, ich habe mir als Beispiel los EarsTV genommen und habe, guck mal, was für große Muskeln, Mutti, Mutti, und habe auch gute Filme gemacht, aber los EarsTV macht auch gute Sachen, und deshalb abonnieren, Leute. Ansonsten komme ich vorbei als Terminator, und in der Zukunft mache ich euch platt, wenn ihr los EarsTV nicht abonniert habt, ne? Also, ich werde so richtig böse, böse werde ich, ne? Damit das klar ist. Ich mache keine Witze. Ja, keine Witze mache ich. Also, abonnieren. Ansonsten komme ich vorbei. Dann hasta la vista, sage ich nur. Hasta la vista, Baby. So, nun treffe ich mich mit einer heißen Chica, La Vida Loca. Also, nach dem Sport mache ich gerne Sex. Sex und dann Zigarren rauchen. Deshalb, auf Wiedersehen, ne? Wie heißt das Slogan von EarsTV? Auf Wiedersehen. Reingehauen. Pacemaker. Jau! Hasta la vista, muchachos! Jetzt gehe ich schon mit der Zunge spinden, mit der Vibechen. Ah, ja. Ja. Vielen Dank.